Gold Eagle Shadow 1 ist Feuer bereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Grace. Moment. Wer ist, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Falsch da. Da kommt ein Heli. Das ist General Gorbrani. Er ist pünktlich. Das muss man ihm lassen. Jetzt rauf da. Finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Ist im Visier. Was siehst du? Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Gorbrani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gorbrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein. Ich sehe General Gorbrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden, Freigabe. Schickt Sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschluss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. Zwei, ein, Schuss. Rakete ist unterwegs. Wir müssen kurz zu ziehen erfassen. Sie benötigen manuelle Stabilisierung. Rakete auf Kurs Nord-Ost bei 0,65 Grad mit Mach 3. Höhe 500 Meter. Das ist das richtige Fenster, beibehalten. Check. Kommt scharf rein. Auf Einschlag vorbereiten. Zeit bis zum Ziel. Fünf Sekunden. Eliminierung in drei, zwei, eins. Verdammte Scheiße. Treffer. Ziel zerstört.